Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GTA im Regie Herzlich Willkommen zu einer kleinen DLC Vorstellung, nämlich Herzlich Willkommen zu einem kleinen Infovideo, denn Herzlich Willkommen zu einer kleinen Prankaufnahme an Rockstar Games Herzlich Willkommen zu einem kleinen Update Video Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von GTA mit Herzlich Willkommen zu einem Letztest auf meinem Kanal Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge 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 Unnachgiebig, ich bin auf unnachgiebig gestorben. Und wer ist der etwas wicke so vorne, der so gut ist, als, keine Ahnung, wie es ist. Luka. Bist du bereit fahren? Ja. Bist du auch in den Hohen fahren? Nein! Hör! Nein! Nein! Es ist gut. Ach du warte, ich kann dir wieder auf die Kälte kommen. Scheiße. Ja, ich bin auf der Kälte. Ja. Haha. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu Watch Dogs 2. Ja, kannst du das machen, aber ich muss noch Flip passen. Wo ist denn der Junge, Alter? Hä, er fährt halt gar nicht weiter. Er ist halt drückt bei Bennys. schlautet die Kälte, ne? Kein Flip, würdest du wohl nicht zurückfahren? Hier ist der Kälte. Ein komplasser Schlau-Kluckst-Kluckst-Kluckst-Kluckst-Kluckst-Kluckst-Kluckst-Kluckst. Ich weiß nicht, was ich denn da? Ich habe einen Mann, den ich wollte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020